Was? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, oder wunderschönen guten Abend eher, zum nächsten Part von Alien Isolation. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe doch, doch, sollte eigentlich funktionieren. Das Game ist natürlich nur wieder viel zu laut an der Stelle. Ich habe mir fast gerade sämtliche Drommelfelder weggerauscht mit dem ganzen Zeug und genau, ich musste leider Gottes im Internet nachschauen, wie wir hier rauskommen, weil ich, ja, es hätte jetzt echt nichts gebracht, jetzt wirklich da stundenlang zu gucken. Ähm, klar, kann man machen, muss man aber nicht. Ich habe jetzt noch gerade schon ein paar Teile eingesammelt und ich gebe mir jetzt am besten, ähm, noch schnell ein Medikit, dass wir volle Leben haben, so, weil ich weiß halt nicht, ihr seht auch gleich warum, und zwar müssen wir hier in der Mitte, wo das Feuer am meisten ist, wo das Feuer der Hölle am Brudeln ist, da müssen wir raus, genau, und zwar ist hier eine Leiter. Also, ja, kann man finden, muss man aber nicht, genau, ich muss auf jeden Fall jetzt da hoch, so, komm schon, komm schon, so, genau, und endlich sind wir weiter. Komm schon, das schaffst du. Los, 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 oh, knapp, okay. Aua, als ob wir jetzt da rüber springen müssen. Scheiße, okay. Jo, das ist ein bisschen heiß da unten. Äh, ah ja, weiter geht's, gut. Jetzt wartet sicher an der obersten Stelle noch das Alien auf uns. Oh, wir müssen da rüber springen, oder? Nein, 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 nein. Nicht loslassen. Los, los, los. Oh, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen lauter machen hier. Und das Alien ist ja 100 pro auch hier lang entkommen. Jetzt muss ich natürlich herausfinden, wo wir lang müssen. Oh, jetzt ist es ruhig und das gefällt mir gar nicht. Oh, da können wir raus. Sehr schön. Gut. Wir haben's endlich da raus geschafft. Wie gesagt, ich musste leider schauen, weil, ähm... Wer kommt da drauf, okay? Wer kommt da wirklich drauf? Man ist unter Zeitdruck, ne? Man muss Medikits basteln, um nicht zu sterben. Ach, scheiße, hier ist das nächste Rohr. Was haben wir hier? Ah, nee, okay. Verdammt. Okay, warte, ich muss mal auf der Karte kommen. Hm, entkommen sie. Ah. Geschafft. Jawohl, okay. Du, 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 wir sind draußen. Ähm, an der Stelle nochmal, für diejenigen, die vielleicht nicht in mein Infovideo gesehen haben, morgen um 20 Uhr hier auf meinem Kanal wird Alien Isolation live gestreamt. Mein erstes Mal, ich bin mega aufgeregt und ich hoffe, ihr schaut vorbei. Genau, das, denke ich, wird so ein, zwei Stunden gehen. Ähm, je nachdem, wie viele Leute zugucken, wie, wie ich Lust hab, ähm, ab 20 Uhr auf jeden Fall. So. Äh, finden sie einen alternativen Fahrstuhl? Ist natürlich klar, wir müssen hier rein. So. Und dann müssen wir da irgendwie rechts. Sehen wir was auf der Karte? Oh. Nicht mal. Ah, wir müssen sogar da lang. Ey, ich dachte gerade, das ist das Alien da hinten. Das sind so ein paar Rohre. Ah. Nie im Leben. Ey. Ist das hier drin? Scheiße. Ey, Leute, ich bin gerade mega. Ich kann gerade gar nicht richtig reden. Scheiße, wo müssen wir denn lang? Kommen wir hier drüber? Nee. Was rasselt hier denn so? Ach du Scheiße. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Können wir noch Medikits basteln? Ich weiß, das bringt mir nicht viel, aber... Nee. Nicht wirklich. Vielleicht bringt der mir was. Ey, ich... Ich nimm das Scheißteil. Wenn das Alien kommt, werfe ich dem Ding das in die Fresse. Tut mir leid für die Facharztrücke. Vor allem Fachausdrücke, ne? Ey, ich dachte gerade schon, wir haben keine Lampe mehr. Keine Batterien. Ich trau mich ja nicht mal, lange Licht anzulassen. Oh, ist der Ball fertig, der Gang hier? Bitte geht's da raus. Oh, wir kommen hier raus. Finden Sie einen Kompressionszylinder für den Aufzug? Erstmal speichern wir. Ich weiß nicht, wir haben das letzte Mal abgespeichert. Wuh, Mittelal... Mann, mach! Ich glaube, jetzt nehme ich lieber den Revolver. Ist, glaube ich, ein klein wenig geschickter. Ähm, da. Okay. Oh, sag mir nicht, ich muss in den nächsten Lüftungsschacht schon wieder rein. Darauf hätte ich jetzt überhaupt gar keinen Bock. Zeig mal her. Gespeichert haben wir. Wir müssen... Finden Sie einen Kompress... Wie sehen die Dinge aus? Kompressionszellen. So eine rote, hm? Okay. Wir müssen fast hier rein, wahrscheinlich. Okay. Ich trau mich halt auch nicht zu lange, den Sensor zu benutzen, weil, ähm, ihr habt ja auch gesagt gehabt, dass das sein kann, wenn man den zu oft benutzt, dass sich das Spiel das merkt und dann das Alien noch eher zu einem hinschickt. Ich könnte sie hier auch einfach umbringen. Dinger? Merz? Ah, ne, die Androiden. Ich dachte jetzt schon, hier ist noch mehr Aliens drin. Hey, da wären mir gerade komplett alle Lichter ausgegangen. Okay. Okay. Irgendwo hier müssen wir das blöde Ding finden. Oh, das sind zu viele, die können wir nicht abknallen. Das hast du wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Was haben wir hier? Eine Luke im Boden. Hier haben wir einen Schacht. Ich könnte für eine Zigarette töten. Ich schwöre, ich habe langsam richtig Angst vor diesen Schächten. Ich bin zwar noch nie dem Scheißding hier drin begegnet, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das hier irgendwann, also das wird hier drin sein. Das ist zwar riesengroß, das ist ja um einiges größer als ein Mensch, aber ich denke, das Vieh, ich meine, wir können das auch hier drin drehen, obwohl das wahrscheinlich auch relativ unlogisch ist. Aber ich glaube, das ist Vieh. Also, was jetzt? Moment, lass mich nachdenken. Was meinst du, was das vorhin für ein Geräusch war? Hat sich wie eine Explosion angehört. So viel war mir auch klar, du Genie. Aber was hat sie ausgelöst? Ist bestimmt Waits. Hab gehört, er will die Kreatur mit Fallen töten. Fernsprengladung. Kannst du das glauben? Der muss durchgedreht sein. Vielleicht ist das die Lösung. Ich hab gehört, Waits hat einen sicheren Unterschlupf in der Nähe der Galerie. Da könnten wir hin. Hast du mich nicht gehört? Der Irre jagt alles in die Luft. Nein, danke. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Wenn ein Smörder lasst mich nachdenken. Ganz schön schrecklich, wie? Scheiße. Was mache ich denn, wenn das Vieh hier unten ist irgendwo? Ey, bitte, ist das so ein Level-Abteil? Ey, der Scheiß raucht. Ich dachte gerade, da ist was. Ich hoffe, das ist... Wir sind nicht allein. Etwas hat die Schüsse gehört. Hör doch auf! Was? Ich hoffe einfach, das ist so ein Level-Abteil. Wo dieses Vieh überhaupt nicht ist. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Wo geht's denn hier hin? Wo sind wir denn hier? Warum habe ich diesen Auftrag einfach angenommen? Wie süß ist. Okay, jetzt sind wir relativ sicher. Oder kann der hier hoch? Ich hoffe doch nicht. Also ich muss ernsthaft sagen, das Alien ist ganz klar am schlimmsten. Aber die Androiden, die gehen einem auch ganz schön auf den Sack. Was ist denn das? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Für diejenigen, die das Spiel vielleicht schon kennen. Das Geräusch gerade. Wenn der Sensor von selber ein Piepgeräusch macht. Heißt das, dass der was Neues lokalisiert hat? Oder ist das einfach nur... Wach du Depp. Wenn wir das hier schaffen wollen, musst du am Leben bleiben. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir Karte. Haben wir nichts. Ich glaube, wir können normal laufen, oder? Speicherpunkt wäre natürlich auch noch mega easy. Was haben wir hier? Schauen wir doch mal nach. Ungültiger Pfad. Okay, da können wir nichts machen. Ne, das ist auch nichts. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu gut war, auf wahr zu sein. Leuchtfackeln, aber da haben wir keinen Platz mehr für. Das Geräusch meine ich. Wenn der Sensor von selber irgendwelche Geräusche macht. Was haben wir hier? Ah, Ladungspack, aber wir haben volle Munition. Ich mag das nicht. Ich hoffe, die sehen mich nicht da unten. Ja, ist gut. Rennt von einem Alien weg. Als hättet ihr nur Chance. Was? Rauchgranate habe ich gefunden. Oh, geil. Ich habe einen Bauplan für Rauchgranate gefunden. Keine Ahnung, ich will irgendwie so einen Flammenwerfer oder so ein Maschinengewehr oder so. Das wäre geil. Oder gleich irgendwie per Funk einen Predator rufen. Was haben wir gefunden? Rauchgranate. Haben wir gerade nicht. Was fehlt denn uns dafür noch? Da fehlt uns noch ein Sensor. Okay. Was haben wir hier? Schauen wir mal nach. Privat. Lagerinventar. Hm. Nee. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich nicht jeden Text da durchlese. Aber wie gesagt, da würden sich die Parts extrem in die Länge ziehen, wenn ich da alles durchlese. Und ich bin sowieso kein guter Vorleser. Also, zumindest bei Aufnahmen nicht. Bin ich immer so leicht aufgeregt. Und bei Elden sowieso. Ja, jetzt kommen wir hier einfach wieder runter. Ich wollte aber... Wir brauchen doch noch dieses Teil. Was brauchen wir? Finden sie einen Kompressionszylinder. Was? Fuck, das ist da unten. Wir gehen hier rein. Es ist hier. Mann, das findet aber auch immer einen Weg zu uns. Einen Sensor gefunden. Jetzt können... Können wir höchstens eine Rauchgranate basteln. Weiß aber nicht, ob die uns wirklich was weiterbringt. Hier haben wir... Oh, falsch. Vor allem umso weiter ich jetzt laufe. Jawoll, verschaffen sie sich Zugang zum Waffenlager. Oh shit, wir sind... Ah, nee. Hä? Nutzen sie den Androiden als Zugang zum Komponentenlager? Wow, wieso kriegen wir denn jetzt plötzlich so viele Aufträge auf einmal? Aber wir haben tatsächlich hier mehrere. Okay, da müssen wir rein. Da ist das Waffenlager. Kann man den steuern, den Androiden? Kann man irgendwo abspeichern? Ich höre es doch piepen. Scheiße, das ist da irgendwo. Wo ist das? Oh, jetzt muss ich erstmal den Strom wiederherstellen. Jaja, wir brauchen Strom. Nicht gut. Achso. Oh, ich will da nicht rein. Ich muss da rein, gell? Wo ist diese Speichereinheit? Ich höre es doch piepen. Ah, dort. Das ist schon mal gut. Tipptopp. Leute, ich denke... Nee, ich mache noch ein bisschen weiter. Ich mache noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Ein bisschen mache ich noch weiter. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ah, das können wir machen, um den Droiden einzuschalten. Hä, waren das jetzt? Was habe ich denn jetzt gerade eingesammelt? Scheiße, habe ich jetzt Schlüssel eingesammelt? Kann das sein? Nee, das war Schrott, gell? Ich wette mit euch, das kommt dann gleich runter, oder so? Muss ich jetzt trotzdem den Strom anschalten? Ja, ich muss trotzdem den Strom wiederherstellen. Ja, ich muss trotzdem Strom wiederherstellen. Ich glaube, ich muss hier rein. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ey, das ist... Das ist da oben. Das ist da oben. Scheiße. Ja, wow. Was hat mir das jetzt gebracht? Leute, ich denke, dass ich den Part jetzt trotzdem an der Stelle aufhöre. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen Abend, wenn ihr das Video guckt, morgen Abend, genau, zu meinem Livestream kommt um 20 Uhr hier auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierher geguckt habt. Bewertet das Video ruhig. Und genau, ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Abend, euer Nier, haltet die Ohren steif. Ciao! !